Seekrauts Video wieder, das Gewinnspielvideo zum 4. Advent und da haben wir richtig geile Preise für euch. Da gehe ich aber nachher drauf ein. Wir fangen an und gehen erstmal auf die Gewinner für diese Runde ein. Wir hatten diesmal 281 Aufrufe unseres Videos und 70 Daumen nach oben. Ich glaube, das sind die meisten Daumen, die wir bis jetzt hatten für unser Adventsgewinnspiel und wie immer, wir nehmen uns hier den Link oben aus der Browserleiste, gehen auf den Random Comment Picker fügen hier die URL ein, filtern nehmen dann die Duplikate raussuchen nochmal. Das heißt, wir haben 70 einmalige Kommentare, da gibt es gar nicht mal Duplikate dabei und jetzt drückt euch die Daumen, ihr habt die Chance 3 Mega Geschenke zu gewinnen also ich ziehe jetzt 3 Gewinner, jeder gewinnt ein Mega Geschenk Also, auf geht die Post Oha, dauert diesmal richtig lange. Glückwunsch an alle Gewinner Ingame-Name Agent Dinoso 82 Ralf S. Punkt Du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Mega Weihnachtsgeschenk Schreiben wir uns ganz gut auf Agent Dinoso 82 So, herzlichen Glückwunsch und wir suchen sofort den nächsten Gewinner Pick another winner und ab geht die Post Doppelt gewinnen kann er nicht Also das heißt, wenn er jetzt wieder gezogen werden würde, würden wir dann einen neuen suchen Ralf Rheinhäckel Ihr seid spitze weiter so euer Jukke 450 Ich gehe davon aus, dass der Ingame-Name ist Ich werde an diesen Namen den Container schicken Herzlichen Glückwunsch Jukke 450 Und der letzte Gewinner für unser Mega-Geschenk Colin Hallo Hallo ihr Tolle Sache Ingame-Nic Colin Herzlichen Glückwunsch allen Gewinnern, die jetzt hier ihr Mega-Geschenk abgesahnt haben und sich damit einen schönen dritten Advent machen können Ich werde jetzt gleich, nachdem das Video hier hochgeladen ist die Geschenke ausschütten Das heißt, ihr müsst einfach nur eure E-Mails prüfen ob da ein Geschenk-Link also eine Geschenk-E-Mail angekommen ist dann nehmt ihr den Link an und danach wird euch das Geschenk gut geschrieben Solltet ihr keine E-Mail haben obwohl ihr hier gezogen wurdet dann müsst ihr einmal bitte eure Spam-Einstellung im E-Mail-Ordner prüfen und ja, dann findet ihr wahrscheinlich dann auch diese E-Mail Also, ich werde sie auf jeden Fall losschicken Jetzt zu den zukünftigen Gewinnern Ihr seid jetzt alle die jetzt mitgemacht haben und sich dieses Video jetzt natürlich nochmal anschauen ob sie gewonnen haben dazu eingeladen zum 4. Advent wieder am Gewinnspiel sozusagen bis dahin wieder teilzunehmen Wir werden dann am 22.12. wieder gegen 12 Uhr also 12 Uhr ist der Einsende Schluss und kurz danach werden wir dann hier die Auslosung machen Und was gibt es zu gewinnen? Ja, also eigentlich hatte ich vor euch eine Prinz Eitel zu schenken ähm, muss ich ganz ehrlich sagen leider ist die Prinz Eitel jetzt noch nicht im Premium Store so kann ich es euch nicht versprechen Das bedeutet, wir ändern das Gewinnspiel einfach und zwar zu euren Gunsten Ich spiele mal wieder Nikolaus Ihr dürft euch ein Schiff aussuchen ja, im Wert bis 50 Euro maximal ein einziger Gegenstand aus dem Premium Store darf es sein Das heißt also, ihr kriegt jetzt nicht äh, weiß ich nicht ähm zwei Schiffe doppelt oder irgendwie sowas ein einziges Schiff aus dem Premium Store Das kann natürlich dann auch die Prinz Eitel sein wenn sie nächstes Wochenende verfügbar ist Also wichtig ist Ihr nehmt daran teil Ihr gewinnt Der erste Preis ist ein Schiff eurer Wahl im Basispaket wie gesagt maximal 50 Euro an Wert Der zweite Preis wird ein einziges Mega-Geschenk sein Also das, was ihr jetzt schon gewinnen konntet gibt es dann nächstes Wochenende nochmal und ja, für den zweiten Platz und für den dritten Platz gibt es dann ein großes Geschenk ja also wieder drei Gewinner Der erste kann ein Schiff seiner Wahl gewinnen das steht dann hoffentlich in euren Kommentaren mit drin Mega-Geschenk ist Platz 2 und ein großes Geschenk ist Platz 3 ganz einfach Also das heißt wie macht ihr mit? Ihr abonniert bitte unseren Kanal Ihr liked bitte dieses Video ja und ihr kommentiert mit eurem World of Warships Ingame-Namen und eurem Wunschschiff ja hier unter dem Video und dann habt ihr die Chance nächstes Wochenende Gewinner zu sein Ich würde mich ganz besonders freuen wenn ihr euch vielleicht auch einen Kommentar ausdenkt wo nicht nur euer Name und euer Wunschschiff drin steht sondern vielleicht irgendwie was euch gefällt was euch vielleicht auch nicht so gut gefällt also wir sind da wirklich offen ich lese mir so gut wie jeden Kommentar durch also ich sage mal 99,9% der Kommentare lese ich auf jeden Fall und ja von daher kommt eure Kritik oder euer Lob was ihr auch immer für uns habt dann auch an oder vielleicht sogar Vorschläge was wir mal machen sollten sind wir auch für aufgeschlossen also ich wünsche euch jetzt einen super schönen dritten Advent und ich hoffe ihr macht hier bei dem Gewinnspiel mit und ihr habt dementsprechend Spaß und an die Gewinner nochmal vielen vielen Dank dass ihr mitgemacht habt und ich drücke euch die Daumen dass ihr das Schiff in dem Container findet was ihr gerne haben möchtet und wir sehen uns jetzt im nächsten Video hier auf dem Kanal heute Abend am 15.12. um 20.30 Uhr ist Livestream mit Hotz wir machen einen Multi-Livestream und wer jetzt noch kein Glück hatte bei den Containern kann heute Abend vielleicht vielleicht einen Kontributor-Container oder sogar eben wieder Weihnachts-Container mitnehmen mitnehmen also in dem Sinne Ahoi haut rein schönen dritten Advent hier auf dem Siekrauts-Kanal und dann bis zum nächsten Mal Ciao Ciao Out